Hey du! Bist man wieder aus der Suche nach einem richtig leckeren Dessert? Dann solltest du das Solero Dessert ausprobieren. Ich zeig dir jetzt in diesem Video natürlich welche Zutaten wir dafür benötigen und wie das ganze angefertigt wird. Also bleibt dran! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.